Andreas Pizzer-Fluttspiao Kaffee Kato, Kato! 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 εί du sehr gut eingestellt. Wir haben sie sehr gut in den Griff gehabt. Die Vorbereitung auf dem Spiel war ganz gut. Die ersten vierte Stunden waren nicht so gut, aber ich konnte es besser machen, aber ich habe kein Tor gekriegt, das ist immer gut. Wir sind umso mehr in ein besseres Spiel gekommen und haben Zweikämpfe gewonnen. So sind wir in der Halbzeit mit dem 0-0. In der Halbzeit haben wir uns ein bisschen umgestellt. In der zweiten Halbzeit haben wir gut gestartet und haben uns 1-0 geschossen. Und dann auf 2-0. Und dann auf 2-0. Das haben wir leider nicht gemacht. Das ist schon ein bisschen alt und ein bisschen Pfeffer drin im Spiel. Aber nein, wir haben es 2-0 nach Hause getan. Wir sind zufrieden, drei Punkte. Es soll ganz weitergehen. Und ja, super Publikum auch. Im Hintergrund ist man kaum noch so. Wie man gesehen hat, wir haben den 12. Mann dafür auf der Tribüne. Und ja, es ist einfach geil, wenn man meinen Latsch drei Punkte mitnimmt. Wenn einer draußen alleweil gekocht. Das geht mir einfach noch mehr auch. Und umso mehr es wird nicht zufrieden, dass wir drei Punkte mitnehmen. Hier, Bauen wir, glaube ich. Er macht nur nochpt. Kompliment einer Mannschaft vom ganzen Ren8 Team. Hals. Alter, nächster Sünders хотел den Aristideушen. Das war die Zukunft. Einviel Tag. Krautze darüber abonnieren. Die��록 erzielt sein.